Ja, yo, zurück zu Let's Play God of War 1 für die Playstation 3 und wir waren stehen geblieben, genau, hier waren wir stehen geblieben, das war, äh, ich wusste nicht genau, wo es lang geht, ich kletter hier mal rum und, äh, ich weiß immer noch nicht, wo es lang geht, so, na la la, bald bin ich, ich, ich hoffe, ich bin bald durch, dann, äh, ein Augenblick da, ne, ich dachte, da hätte sich irgendwas geregt, hier im Zimmer, aber, ah, da drüben haben wir noch Leute, so, so, mach mal so und hauen dann drauf, gut, da haben wir ja runter, mal gucken, vielleicht geht's hier weiter, ich weiß es nicht mehr, da ist auf jeden Fall etwas gewesen eben, Hm, kommt mal, da will hin, nö, jetzt nix, und, wichtig, hallo, auch nicht, an der hier lang vielleicht, da, Sprung, können wir mal hier unten gucken, so, okay, hier haben wir noch rote Orbs und so eine Menge, hier würde ich gern runter, aber ich, ah, Moment, Wow, Ha, perfekt, jetzt bin ich wieder hier, äh, ach, gut, richtig, so, okay, dann, war das das, was wir hatten? Möchtest denn sie? Ja, möchte ich natürlich, Bumms, okay, was passiert jetzt? Ah, alles klar, jo, ist ja schon mal interessant, dann wollen wir hier lang, holen schon mal das, schwer draus, greifen uns hier die ab, hier hinten waren wir nämlich noch nicht drin, bam, perfekt, und tauchen, und jetzt weiß ich aber nicht, wo ich lang muss, das ist das Problem, also, wo die andere Heizkette zu finden ist, naja, die werden wir schon gleich irgendwo finden, zur Not gucke ich irgendwo, aber das sollte eigentlich, ich habe es auch beim ersten Mal schon geschafft, oder bei den ersten Mal dann durchspielen, das sollte also eigentlich kein großes Problem sein, so, machen wir das auch nochmal, und, gut, wir haben ein Maximum, 10.000 haben wir schon, machen wir hier die Armäe des Haddes mal, ach ja, Ups, oh, das war nichts, ja, es ist ein bisschen kacke, ich habe es zu sehen, yay, brauchen wir hier noch, 7.500, und dann, war es das auch, dann war alles aufgemacht, und, ja, so, wollen wir mal, hinauf, und raus, so, und jetzt mal gucken, wohin, vielleicht wieder irgendwo hier unten, wow, ich bin, jetzt war ich wieder knapp, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, also darunter, da muss ich, glaube ich, hoffe ich nicht, denke ich mal, eigentlich, ich gehe mal eben, hier wieder zurück, Hilfe, danke, so, lalalalala, hm, irgendwo ist doch auch was aufgegangen, wenn ich mich da recht erinnere, nur wo, da hinten in diesem Becken waren wir ja schon, da sind, da schwimmt man ja einmal rum, da sieht man auch die kaputten, Dings, aber wo ist die Tür, hm, ja, ich gehe mal eben durch das, durch die Höhle hier drüben, nochmal zurück, äh, ich kann sowas nicht ab, wenn die Kamera nach hinten, äh, in einer Richtung guckt, dann muss ich rückwärts gehen, so, entgegen uns jetzt, der Kamera, ah, jetzt ist die, Kamera andersrum, das heißt, ich muss hier, glaube ich, auch lang, so, dann wollen wir mal, so, lalalala, komm, die Gassen, danke, springt doppelt, juhu, obwohl, ob ich hier lang muss, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, Moment, hm, oder ist hier hinter wieder wat, ah, ja, hier hinten, genau, hier, Tor, ist wieder aufgegangen, Und ich weiß nicht, ich gehe einfach mal hier runter Hier war ich schon, deswegen Ne, dann gehe ich nicht hier lang, sondern dann gehe ich den anderen Weg Gott, ich hasse es, der Kamera entgegen zu gehen Ah, ja genau, hier So, hallo Das war's, das wurde ja runtergefahren und Richtig Drehen Oh, witzig So, dann wollen wir mal Hier das Spiel speichern Nochmal, weil Falls hier irgendwas kaputt geht oder so Ist ja kacke So, dann hier rein Ah, ja Richtig So Das ist der Bescheiße Ach, ja Oder? Moment Ist hier eine So, ich werde jetzt abfailen Na, also Nur damit ihr schon mal bescheid wisst Nein Was tue ich denn? Ja, das war schlecht So, ich werde jetzt abfailen So, ich werde jetzt abfailen